Guck mal das hier, Tom Hengst, Jogginganzug. Okay, warte, 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 was ist das für ein Beat, was ist das für ein Beat, was ist das für ein Beat? Banger. Also der Beat gefällt mir richtig gut. Ich find das geil. So was find ich geil. Das ist so, da kann ich komplett mitgehen. Okay. War das Kimo? War doch Kimo hier, oder? Habe ich denn hier den OG gesehen? Ja, war er auf jeden Fall safe, deswegen ist jetzt hier Stop & Go, Stop & Go, wo haben wir? Du kleiner Junkie-Ripper sitzt vor deinem PC, machst auf Mann, obwohl sich dein Kopf nach Ohrfeigen dreht. Fette Handflächen, Brust behaarter als ein Schädel, sie hört zwei Tracks und sitzt mit ihrem Arsch auf meinem Penis. Sie schickt Fat-Buddy-Pics, wie Sex statt Netflix und gibt Neck für Bänder mit All-Area-Access. Ich trag Jogginganzug live und sie startet auf die Beule, eure Rap-Boy-Bands 1 sehen aus wie Knaben und Späuche. Ja, es gibt 6 Millionen Ways to Die, 100 für dich. Manager bekommen Schwanz und Arsch per Unterschrift. Deine Pisser-Crew ist 16 und riecht nach Axe-Alaska. Wie Kelly kaufen, doch wird geschlagen wie Alabaster. Was bringt der Testo? War das eben Kwamee oder so? War das der? Ich habe gerade eben gedacht, ich weiß nicht, ob er das war. War das Kwamee? Sorry, ich weiß nicht, wie man da ausspricht, aber den habe ich auch schon gehört, den fand ich geil. Ways to Die, 100 für dich. Manager bekommen Schwanz und Arsch per Unterschrift. Deine Pisser-Crew ist 16 und riecht nach Axe-Alaska. Wie Kelly kaufen, doch wird geschlagen wie Alabaster. Was bringen dir Testo-Spritzen und Wachstumshormone, wenn die 9 mm wirft und dein Kopf platzt wie Melonen hoch in Sohn? Drehst auf, weil deine Schwanzkuh auf Stämme ist, aber wirst weggehauen von Frauen vom Pink Palace. Ich finde den Beat mega geil und ich finde irgendwie, das hat sowas Oldschooliges. Ich weiß nicht warum, ich mag das, ich kann es nicht beschreiben, warum. Eigentlich ist es gar nicht so meins, so vom Inhalt her, was die rappen und so, aber irgendwie gefällt es mir dann doch. Issa? Kwame Issa? Okay. Und Crop-Tops, hier nocken dich Girls in Trainingsjacken aus London, macht dir Fake-Glocken-Hunt, weil deine Lady findet schöner. Möchtest Südländer sein, aber siehst aus wie Atze, schilder kleiner Pisser. Baby, möchtest Sex ohne Retext, so gelenkig, dass ich denk, in ihrem Bett ist ein Twisterfeld. Mach keine Features, keck für TikTok, viral gehen möchte Jeeps, Leder-Bisch-Massage-Sitze und Armlehnen. Du Koks-Junk, mach nochmal einen Witz über WhatsApp, dann komm ich in dein Büro und schlag dir Wichser den Kopf weg. Nutten so'ner Bier, pack Respekt auf mein Kopf, denn wenn nicht mit Rapp, dann mit Heckler und Koch. Guck zu, ich mach was ich will, trage Jogginganzug, komme zu spät zu dem Treffen, guck mir zu. Ich kann's, also das Ding ist, oftmals ist es ja schwierig zu beschreiben, was man so gerade gut findet an Musik oder so, aber ich finde diese Kompromisslose geil, ich finde diesen Oldschooligen Beat geil, der knallt jetzt so richtig schön rein und ich finde seine Stimme hier gut, voll angenehm irgendwie, das hört sich mega geil an. Also für mich, ich weiß nicht, manchmal kann ich's wirklich super schwierig beschreiben. Ich glaube, Tom Hanks ist wirklich so ein Künstler, bei dem ich, ich glaube, ich hab ein oder zwei Songs von mir schon mal gehört, auf einem Stream und dann war das auch so, da hab ich gesagt, ja, 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 aber irgendwie kann ich dann auch nicht so pinpointen, was so das Ding ist, was mich da huckt oder was ich irgendwie cool finde, aber, ja. Respekt auf mein Kopf, denn wenn nicht mit Rapp, dann mit Heckler und Koch. Guck zu, ich mach was ich will, trage Jogginganzug. Boah, ey Leute, könnt ihr mir einen Gefallen tun, wenn's euch nicht gefällt, dann müsst ihr das nicht schreiben. Komme zu spät zu dem Treffen, guck mir zu, ich mach was ich will. Trink dein Champagner leer und ich rotz in dein Essen, guck mir zu, ich mach was ich will. Weil das killt ehrlich gesagt gerade mein Vibe, voll. Kein Respekt vor dem Staat, haut ihm Bullen auf die Fresse, du guckst nur, wie ich mache, was ich will. Du willst es auch machen, aber du hast Angst vor Konsequenzen. Also ich fand's geil, muss ich sagen, mir hat das gefallen.